Ein wunderschönen guten Tag zu Creeper am Mittwoch und damit herzlich willkommen auf dem neuen Fernsehformat über die Seite Neverguest LP. Ich bin ein sprechender Creeper und mein Name ist Creeper van Boomdaboom und wir werden heute gemeinsam das Neueste über den Kanal Neverguest LP berichten. Als erstes geht es wohl darum, dass sich das Special weiterhin verschiebt. Es sind immer noch keine 1000 Abonnenten zusammen, im Gegensatz, es sind momentan sogar Rückgänge in der Abonnentenzahl zu vermerken, darum verschiebt sich das Special leider. Allerdings habe ich aus privaten Gründen auch schon gehört, dass anscheinend noch gar nicht fertig geworden ist mit dem Special. Mal schauen, was da noch passiert. Zudem kam es ja immer wieder in letzter Zeit zu Problemen mit den Let's Plays Civilization oder Dragon's Prophet, was ja die letzten beiden Wochen sogar schon ausgesagt werden musste. Dies liegt wohl daran, dass momentan keine weiteren Aufnahmetermine zustande kommen und darum hat sich Neverguest dazu entschlossen, diese Let's Plays momentan zu pausieren. Dragon's Prophet und auch Civilization 5 sind somit ab den heutigen Tagen pausiert und werden nicht mehr erscheinen. Dies liegt daran, dass momentan sehr viel Stress ist, was die eventuelle Umzieher, also die ziemlich sichere Umzieherei angeht. Und darum ist momentan nicht die Zeit vorhanden, mehr als zwei Let's Plays herauszustrahlen und der hat sich Neverguest dazu entschieden, lieber zwei ordentliche Let's Plays als vier miserablen Let's Plays zu veranstalten. Er bittet um Nachsicht und möchte sich dafür entschuldigen. Ebenfalls wegen der neuen Arbeitsstelle erfordert es wohl, dass vom 18. bis zum 21. und 22. eine kleine Let's Play Pause eingeschoben wird. Oder eventuell lässt sich da jemand finden, er hat ja den Volk in Aussicht, der Let's Plays hochlädt. Denn zu diesem Zeitpunkt wird sich der Neverguest wohl runter nach Baden-Württemberg begeben müssen, um dort ein Probekochen machen zu müssen für seine neue Arbeit. Und ja, für diesen Zeitraum ebenfalls entschuldigt er sich, kann aber leider nichts daran ändern. Da ist gerade mein Studio verschwunden nach so einem Mist. Dies ist ein Gewinnspiel, bei dem alle Leute mitmachen können. Es geht darum, Kanäle zu abonnieren und dadurch Lose zu bekommen und mit diesen Losen dann eventuell Preise zu gewinnen, wie Gaming-Mäuse, Einkaufsgutschein bei Amazon und was es nicht alles gibt. Hier stehen die Grenzen offen und es dient vor allem dazu, dass die Kanäle eine größere Community kriegen und natürlich die Zuschauer mehrere Kanäle kennenlernen. Infos dazu findet ihr auf dem Infovideo, was existiert auf dem Kanal. Es ist ein blaues, wunderschönes Video. Ich finde natürlich grün besser, weil ich ein Creeper bin, ein sprechender Creeper wohlgemerkt. Aber blau ist auch ganz okay. Ja, und als letztes, letzte Woche wurde auf der Facebook-Seite sehr bedürftig die Videos verlinkt. Das lag daran, dass momentan ein stetiger Stress herrscht auf Neverguest.lp. wird deswegen ja auch die Let's Plays jetzt zurückgefahren werden, da momentan viel mit der neuen Arbeitsstelle zu tun haben. Das lässt sich schwer erklären, ich habe da keine Hintergrundinfos, sage ich jetzt einfach mal. Es ist nicht so, dass Neverguest und Felix gerade im Hintergrund sitzt und alles sagen würde. Nein, der... Also, ich bin alleine. Das müsst ihr mir glauben. Ich bin hier wirklich alleine. Ja, ähm, deswegen wird es, ähm, wollte sich Neverguest AP entschuldigen, dass letzte Woche so schlecht aktualisiert wurde. Die Dead Space kam natürlich trotzdem raus, allerdings wurden sie auf Facebook nicht veröffentlicht, da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung niemand am PC saß und das tun konnte. Diese wurden während der Arbeitszeit hochgeladen. Dafür Entschuldigung und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Creepal. Und damit herzlich willkommen auf dem Endcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr mögt dieses Format, das... Ich habe schon verschiedene Möglichkeiten gesucht, wie ich das euch, äh, darstellen kann. So eine kleine, sozusagen, News, so kleine News, immer einmal pro Woche könnte man das ja eventuell machen, in denen ich einfach mal alles zusammenfasse, was, äh, momentan auf dem Kanal passiert. Das ist mir in den Sinn gekommen, da momentan ja wirklich viel passiert, gerade wegen meinem neuen Job und so. Und da habe ich mir gedacht, dass der kleine Creeper, den ich jetzt gerade so lieb gewonnen habe, einfach mal für euch, ähm, die News machen kann, wenn ihr da Lust dazu habt und wenn euch das Format gefällt, dann gebt ein Däumchen nach oben, wuuuuh! Und dann wird Creeper für euch weiterhin Videos drehen. Hey! Ich drehe die Videos, nicht du! Ich muss gehen, ich werde nicht dafür bezahlt, im Endscreen rumzuhocken. Ja, das stimmt, ich bin alleine. Und niemand sonst spricht hier. Wuuuuh, ich drehe die Köpferfolge mal alleine. Die Hand ist nur zur Gewissanzehnung nach. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Und, ähm, ich, ja, ich gehe dann auch. Und, ähm, ich gehe dann auch einen traumhaften Tag. Und, ähm, ich gehe dann auch einen traumhaften Tag.